Moin, willkommen zu einem neuen Video zu Diablo 3, zu den Herausforderungsportalen auf dem europäischen Server, diesmal Nummer 195, Hexendoktor mal wieder. Sieht aus wie zu die Masse, mit Aukild, Dolch-File, Data-Build halt, mal gucken. Ja, mit der Fetisch-Armee, jawohl. Mit General Arms Maske, mit Schalne-Wut drin, Prunkring, okay, klar, sechs Teile, hier der Ring, nee, Windrose ist das, aber hier der andere, zu den Messern, eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei Teile Aukild, der Dolch-File ist jetzt nicht so doll, auch nicht gerollt, wird ein Anfangsbild in der Season gewesen sein. Die Steine auf 0, Stärke der Schlichtheit, sodass ich nicht geheilt werde, aber er macht 25% mehr Schaden, immerhin. Dann haben wir hier, ähm, verderbende Gefangenen auf 70, okay, boah, auf 70, alter Schwede, na gut, okay. Lange nicht mehr so einen hohen Stein in den Herausforderungsportalen gesehen. Dann, und, äh, ja, den Vollstrecke auch, dass die nicht mehr sterben auf 25, okay, das ist gut. Hier auch, alles in Ordnung, äh, Homunculus, ja, die Hunde brauche ich jetzt nicht, aber egal. Opportunisten, alles klar, zwischen Licht und Schatten, mehr Schaden auch, das Einleit und den Proc. Dann haben wir hier, Tanz des Zuschlagens, okay, dann haben wir Ausflug, äh, Piranado und Nadelspitzer Pfeiler. Ich glaube, das ist der Richtige, damit wir einen Erzeuger haben, weil sonst bringt er natürlich die Tiefen für der Nächste. So, hier nochmal kurz reingucken, Nadelsspitzer Pfeiler, da, 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 halt hier, da, genau, erhalten wir Mana, das ist der Richtige, auf jeden Fall, so, also, ja. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, kann man nichts sagen, ne, wo du hier auf dem, okay, hätte ich jetzt, äh, ein bisschen anders gemacht, aber egal. Fetisch-Armee, ne, also die Armee, äh, ich muss es erstmal, ja, das Problem ist natürlich, ich muss hier die Seelenernte oder eben auch die Piranhas, ähm, casten, damit die mehr Schaden erleiden, durch Zunimasas halt, ne, durch den Durchfall. Durch, durch meine, äh, Pads halt, ne, das ist das Problem. Und ich hab eben nur als Mana-Verbraucher Piranhas und eben Seelenernte, ne, obwohl der braucht, der verbraucht gar keinen Mana, ich hab nur die Piranhas. Eieiei, mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege, oder die machen mit denen Fall schon genug Schaden, sodass das nicht so wild ist, aber mal gucken, mal sehen. Kein Begleiter, doch, Begleiterin, ja. Alle Fertigkeiten, okay. Hat auch eine Windrose, ja. Oh. Ein Primal-Abklickzeiten, also ein Primal, ähm, Messerschmidt, oh, mal gucken, so. Das, achso, warte mal, wir können ja hier Plus machen. So. Okay, also wenn ich jetzt hier da, ja, das macht natürlich mehr Schaden, aber der Schaden reicht halt aus, ne. Der Schaden reicht aus, obwohl ich keinen Verbraucher draufgecastet habe, ne. Alexa aus. Wecker natürlich, so. So, wir gucken, ob wir hier irgendwo dann noch, ne. So, dass sie da durchschießen, bis zum, die Elite, okay, alles eingesammelt, pass. Schild schreit, immer gut. Guck mal, wie der runtergeht, ohne, dass da irgendwas drauf ist, ne. Also, da ist, äh, keine Heimsuchung, nix drauf, ne. So, wir gucken, ob wir hier irgendwo noch ein Pack finden, hier hinten irgendwo. Das war eins. der date reicht aus ohne dass da wirklich ich einmal verbrauche maner verbraucher unbedingt brauche also hier noch irgendwo ein peck haben ok gute die gerade eben war scheiße die map weil man da halt wie gesagt zu viel gegenwände schießen sowas ist immer muss man kann man sich schlecht positionieren da halt verbindung ok der klo regelt auch wieder vielleicht kann man den kunden auch bis zum boss ziehen das war jetzt nicht so wild 3 38 ist okay kann man so machen da auf 6 wie sagt man kann es auch noch mal eine minute schnelle machen rex next macht das dann und dann passt das so also ich sag mal so dieses war jetzt wieder eines der etwas leichteren portale das ist alles kein problem man kann das machen wie gesagt leider hat man nur den piranha die piranhas als man der verbraucher sonst nix alles andere hat nur abkling zeiten aber ist kein verbraucher aber der schaden reicht trotzdem dafür aus also gegen die von euren maler verbraucher getroffen werden allein acht sekunden lang 15.000 prozent mehr schaden also alles kein problem das haut so hinten bei fragen sorgen nöte anträge alles in die comments rein ja und dann bis zum nächsten mal tschüss adjourn ein ans 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 Untertitelung des ZDF, 2020